Momentan ist ja noch das Road to the Knockout Event am Start und ich hab mir gestern gedacht, wir öffnen mal ein paar Packs. Dafür haben wir EAFC Points im Wert von 100€ aufgeladen und alle neuen Promopacks verzogen. Und die Wette war, dass wenn ich kein Road to the Knockout ziehe, ich die schärfsten Nudeln der Welt essen muss. Und ich spoil euch so viel, es ist eskaliert am Ende. Ihr sucht die günstigsten EAFC24 Coins, dann checkt MMOEXP ab, dort bekommt ihr die günstigsten EAFC24 Coins. Mit dem Code Fabio spart ihr dazu noch 5%. Erster Link in der Beschreibung. Okay Freunde, wir laden kurz nochmal auf und dann gehen wir nochmal fett in die Packs rein. Da haben wir auf jeden Fall jetzt nochmal einen 100er Code, damit können wir einiges verziehen. No, 100€ drauf. War super. Okay, wir haben erstmal die Points rein. Erstmal hier für 12.000 einmal rein hier, die ganze Geschichte. Okay, dann noch für 10€ einmal rein und dann haben wir noch 1€ übrig. Dann haben wir dann auch einfach ganz gekonnt, nochmal die 100 FIFA Points mitnehmen. Wir wollen ja auch nichts verschwenden hier, klare Kiste. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den 25 Card Sets an, mit den eher schwächeren Packs. Jetzt gucken wir mal, ob da eventuell maybe schon was kommt. Das war auf jeden Fall schon mal kein Walkout. Das wird wahrscheinlich Enz-Fernandes. Na gut. Mach zuerst die Großen. Okay, Hirschel will es direkt wissen. Der will direkt zu den Brechern erst. Na gut, dann lass uns mal weitermachen mit den 45ern. Schauen wir da mal. Das ist auch kein Walkout, ne? Hm, schwer. Ah, Christensen. Da weiß ich jetzt nicht so ganz, ob Christensen aus dem 45er so nice ist. Ah, ich will die Road to the Final haben. RF. Wer ist das denn? Ist das diese? Baltimore. Oh, gut. So, weiter. Wir brauchen einen Road to the Final, Chat. Wir brauchen einen Road to the Final. Nicht irgendjemand von New York City, ohne Sinn. Was will ich damit? Na, war, glaube ich, kein Walkout, ne? D. Ah, Pop. Vielleicht sogar Pop. Ja, ist sogar Pop. Also sogar noch Walkouts. Ich weiß, euch, diese Walkouts, ich erkenne das ehrlich noch nicht so ganz. Das ist ganz verrückt, ne? Manchmal, ich weiß es nicht, warum. Oh, drei Stück noch. Drei Stück noch hier, ey. Wo sind die Walkouts oder Road to the Final? Ja. Ja, Borja Iglesias. Das ist, damit kann ich nichts anfangen, du. Hm, Walkout, glaube ich, oder? Neuer? Testegen? Neuer? Ja, Neuer. Ist gut, oder? Neuer? Ja, 87er Neuer, nehmt man mal mit. Aber ist halt auch nicht das Wahre vom All. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Also, gibt Besseres. Na gut, ist aber okay. Gönn, gönn, gönn. Kein Walkout. Niederlande. Blecken oder so ein Kram wieder. Hm, ah. Boah, guck mal, wir sind schon durch mit den 45ern. Das war sogar das Letzte. Aber wir haben jetzt 55er. Und dann die restlichen Points stecken wir noch in die 25er. Aber bei den 50ern bin ich echt voller Hoffnung. Ich glaube, da kommt was. Wir gehen mal direkt rein ins Erste. Und ist direkt kein Walkout. Super Sache. Oder doch, Beratti? Ne. Besseres. Na. Caruso. Caruso. 450er noch. Yay. Gönn, 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 gönn. Bitte. Oh, Road to the Final. Das ist aber... Ne. Hero. Hero. Wer ist das? Hä? Äh. Littmar? Ich wusste nicht mal, dass der einen Hero hat. Littmar? Ich dachte, Road to the Final. Ich dachte, das ist ein Shit. Ich dachte, das ist ein Shit. Yay. Er hat mich auseinandergenommen. Was kostet der? Oh, Inform sogar noch. Nice. Nix wert, aber 10k nimmt man mit. Und er kostet... Ja, 40k wenigstens. Ist jetzt halt kein Road to the Final. Das heißt, wir eigentlich wollten. Aber 40k, da kann man auf jeden Fall nicht Nein sagen. Ist okay. Ah, drei Stück haben wir aber ja noch. Ich verliere noch nicht den Glaubensset. Bitte. Wir haben Lila. Das war ein Walkout wenigstens. Oder? Ja, ist ein Walkout. Sandra Baños. Sandra Baños. Die letzten zwei. Und ihr dürft nicht vergessen, jedes Pack ist sozusagen ein Zehner. Einfach 10 Euro gehen hier rutschen pro Pack. Und es kommt nichts. Es kommt einfach nichts. Deswegen jetzt Lila. Wo ist Lila hier? Mann, ich will nicht alle. Mann. Und das letzte. Komm, bitte, Alter. Weil wenn die nicht gönnen, mache ich mir echt Sorgen bei der ganzen Sache. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist... Ja. Irgendeine Frau. Na ja, 2850 Points haben wir noch. Ein paar 25er können wir davon noch öffnen. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht gönnen die dafür. Wir werden sehen. Ah, aber nicht mit... Nein, das ist die Anime-Brau. Bitte nicht. Ah. Ich habe so Angst vor der. Die sieht so gruselig aus. Stell dir vor, ihr schlaft so. So abends im Bett so. Und dann steht die so vor eurem Dings. Vielleicht noch das Dunkeln und so. Die guckt euch so an. Alter, geht's. 1100 Points noch. Wo ist mein Pinker? Oder mein... Grün geht ja auch meinetwegen. Hauptsache Road to the final or AP. Ah, bitte. Ah, Mann. Zwei Packs noch, na ja. Die letzten zwei Packs. Die letzte Hoffnung. England. Salem. Ich habe Salem gezogen. Wie kann das denn mehr? Toiletti. Das wird ein unlustiger FIFA-Witz, Chad. Das wird ein unlustiger FIFA-Witz. Ich müsste mal auf die Toiletti. Also ich fand es nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Das letzte Pack-Chat von den FIFA-Points. Komm. Ich rede einfach gar nicht so lange. Ja, es ist... Es ist ein Bruch. Es ist... Es hat mich wirklich gebrochen. Es hat mich wirklich gebrochen, Mann. Kamada. Guck mal, wie er mich anguckt. Einer hat schon Hass auf mich und so. Oh, Mann. Okay, Freunde. Ich habe den Kram jetzt geholt. Spice Team A2. Bull Duck heißen die. Ich werde das Ganze jetzt... Ich weiß gar nicht, wie genau man das macht. Ich kann auch jetzt schon mit der Tüte aufmachen. Ich glaube, mäßig. Ja, hier. Das ist ja mäßig die scharfe Soße. Wir essen ja erstmal nur normale... Wir haben ja Mugeln, ne? Ich werde das jetzt... Ich werde das jetzt ein bisschen, glaube ich, kleinbröseln. Und dann habe ich hier schon... Äh... Heißes Wasser vorbereitet. Das knallen wir dann rein. Und ich hoffe mal, dass das was wird. Ich stelle es mal lieber auf den Boden. Nicht, dass ich gleich noch heißes Wasser auf meine Hand schütte. Das wäre bodenlos. Dann könnte ich kein Vieh mehr spielen. Ähm... Ich glaube, sinnvoll ist es, dann das Wasser gleich abzuschütten, wenn das sozusagen fertig ist. Und dann die scharfe Soße reinzumachen, um sozusagen auch die Mudeln ohne Wasser, ne? Hier steht, dass sie Scoville von 8808 haben. Der Hotschip dagegen hat irgendwie 2 Millionen. Also eigentlich dürfte das jetzt nicht zu scharf sein. Im Vergleich zum Hotschip. Der Hotschip war wirklich schlimm. Ähm... Aber wir werden sehen. Ich bin... Ich vertrage eigentlich keine Schärfe. Wir gucken einfach mal. Okay, ich trage das jetzt einfach so. Achtung. Oh, ja. Oh, ja. Die sieht aber gefährlich aus. Und ne, da ist schon was an meiner Hand. Ja, einmal kurz Hände waschen, dass ich mir gleich ins Gesicht passe oder so. So, und ich habe keine Ahnung, was das ist. Bulldog Plague. Ich bezweifle, dass das auch scharf ist. Aber... Riech mal. Ah, oder ist das Chili-Pulver? Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber wir kippen es einfach mal fleißig mit dazu. Okay, so sieht das Ganze bisher aus. Ähm... Gar nicht mal so unappetitlich. Ich mixe den Laden jetzt einmal. Boah. Okay, das sieht schon... Sieht schon ein bisschen gefährlicher aus. Chat. Boah, das brennt in meinen Augen. Ach. Ich weiß nicht, das sieht eigentlich echt lecker aus. Ähm... Könnte aber ein Bruch werden. Wie gesagt, da fragt das überhaupt nicht. Wir gucken einfach mal. Ja. Ähm... Ich nehme mir mal hier direkt so eine schöne Gabel und hau mir das direkt mal rein. Ich werde das wahrscheinlich nicht ganz aufessen. Aber ein bisschen was davon. Okay. Drei, zwei, eins. Ich habe kein Trinken. Kein Wasser geholt. Boah. Mhm. Mhm. Die fetzen schon wieder gut. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Mein Kastchen, ciao. Warum mache ich das immer? Aber ich will nicht schon was essen. Ja. Ich will auch mal schlecht davon. Boah. Man, mein Mund ist ja so rot. Überall ist diese Schafe hier so dran. Ich sage euch ganz ehrlich. Es ist wirklich. Ich sterbe nicht. Wie bei diesem scheiß Chip. Aber es ist echt nicht angenehm. Ich weiß nicht, warum Leute Schärfe mögen. Ja. Es bockt einfach nicht. Es tut einfach nur weh. Also es ist auf jeden Fall aber erträglicher als dieser Chip. Dieser Chip bin ich echt gestorben. Jetzt schraub mal. Das ist nicht normal. Ich habe so Schmerzen, ne? Aber es ist auch scharf. Ich hole mir mal zu drinken, die Stelle. Und man sagt ja eigentlich, dass Wasser es nicht besser macht. Aber irgendwie, ich will auch nicht aus der Flasche trinken, damit das Schafe nicht am Ende daran bleibt. Ich hasse Schafe. Aber ich habe zwei Gabeln genommen, Chat. Ich probiere noch eine dritte, aber dann ist es vorbei. So, kommt schon, dritte Gabel. Let's go. Wir haben nur ein bisschen was Nett noch mal genommen. Das Problem ist, Chat, dass mir bei diesen scharfen Sachen immer schlecht wird. Ich muss meine Lippen jetzt waschen gehen, Chat. Meine ganzen Lippenbrennen. Seht ihr das? Wie überall ist... Oh, es tut alles weh. Ich beende das Video hier. Ich habe leider nicht so viel gegessen. Ich habe euch hassen, ich habe es euch trotzdem gefallen. Sehr, sehr gerne like da lassen. Mach mal was anderes. Schreib rein, ob ihr noch mal so was sehen wollt. Vielleicht nochmal mit Machchip oder... Ich habe ja auch noch... Ich habe ja auch noch diese ekligen Bohnen. Damit können wir auch was machen. Also gerne like da lassen in die Kommentare schreiben. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Auch rein. Und nein. Jetzt habe ich die ganzen Nudeln auf meinem Tisch verteilt. Ich bin so doof. Okay. Bis zum nächsten Mal.